Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir die K-Größfunktion in Excel Online vorstellen. Wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch viele weitere Tutorials über Excel Online oder PowerPoint Online. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! In einem vorangegangenen Tutorial habe ich dir einmal schon die K-Kleinste Funktion gezeigt. Und das Äquivalent dazu ist natürlich die K-Größte Funktion. Mit der K-Größten Funktion kannst du eben nicht nur die Größte Zahl aus einem Zellbereich herausfinden, sondern eben auch die Zweit-, Dritt-, Viert- und so weiter kleinste Zahl. Dafür steht dann eben das K. Und das ist eben relativ hilfreich, wenn man eben nicht nur die kleinste oder die größte Zahl herausfinden möchte in einem Zellbereich, sondern eben dann auch die Zweit-, Dritt- und Viert-Kleinste und eben so weiter. Und dafür benutzen wir eben die K-Größte Funktion in Excel Online. Und wenn du diese benutzen möchtest, tippst du einfach in deine Zelle ein Istgleich und schreibst K-Gr zum Beispiel und dann einfach K-Größte Funktion, setzt eine Klammer auf und als erstes musst du die Matrix bzw. den Zellbereich angeben und dann setzt du ein Semikolon und als nächstes gibst du den Wert von K an. In meinem Fall hole ich mir den Wert von K aus der Zelle B3 und am Ende schließt du dann einfach die Klammer und drückst Enter. Das Ganze ist jetzt hier noch ein Fehler, weil ich bei K noch nichts eingetragen habe. Aber wenn ich bei K jetzt zum Beispiel eine 1 eintrage, dann wird mir eben die erstgrößte Zahl ausgegeben, also sprich die größte Zahl und das ist hier eben in dem Zellbereich die 982. Wenn ich jetzt hier eine 2 eingebe, wird mir die zweitgrößte Zahl ausgegeben. Das ist jetzt hier die 968. Und wenn ich das mir angucke, dann ist das hier die erste Zahl, die hier steht und danach kommt noch die 974, die dann eben die größte Zahl wäre. Aber die 968 ist dann eben die zweitgrößte Zahl. Und genauso kann ich das dann auch einfach weiterführen mit zum Beispiel der drittgrößten Zahl, viertgrößten Zahl, fünften und sechsten und so weiter. Interessant ist jetzt hier noch zu erwähnen, was ich dir auch schon bei der K-kleinsten Funktion in Excel Online gezeigt habe, dass wenn du jetzt natürlich bei einem Bereich von sieben Zahlen die K, also die siebtgrößte Zahl herausfinden möchtest, ist das natürlich gleichzeitig die kleinste Zahl. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel hier die achtgrößte Zahl herausfinden wollt aus einem Bereich mit sieben Zahlen, funktioniert das nicht. Da gibt es dann hier einen Fehler. Und da müsst ihr dann hier quasi einfach immer darauf achten, dass ihr nicht größer werdet als die eigentliche Anzahl der Zahlen, die ihr überhaupt betrachtet. Aber am häufigsten wird das Ganze natürlich meistens für die zweit- oder drittgrößte Zahl benutzt. Das ist auch ziemlich hilfreich. In manchen Funktionen schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wofür du die K-größte oder K-kleinste Funktion benutzt. Und das war es auch schon wieder mit dem Tutorial an der Stelle. Und ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Hast du eine Frage oder Vorschläge, schreib es in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Tutorials mehr verpasst. Jeden Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr kommt ein neues Video online. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bleib gesund. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.